Willkommen zurück in Let's Play Portal 2 Im letzten Part haben wir GLaDOS wieder aktiviert Und ja, wir müssen wieder Tests machen Was denn sonst? Ja, ich bin immer noch ein bisschen heiser und erkältet, aber Juckt mich nicht, ich nehme trotzdem auf Und ich würde sagen, wir legen los! Ah, und diese, diese Kammer, wenn ich jetzt alles richtig mache, kann ich euch ein kleines, ein richtig geiles Easter Egg zeigen Und zwar Müssen wir erstmal rüber Das ist nämlich richtig cool Ja, und direkt mal verkackt Ja, ich hab's verkackt So Nochmal fliegen So, jetzt müssen wir aber Mal gucken. Er fällt hier rein, das heißt blau. Wo ist das Radio? Nein, 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 nein. Nein, das Radio! So. Ich habe jetzt das Radio, das braucht man nämlich dafür. Und zwar... Nehmen wir uns jetzt das Radio und... Gehen nochmal zurück. So. Das ist nämlich richtig cool, da gibt es einen richtig geilen Glitch bei. So. Dann müssen wir... Da ein Portal setzen und... Hier ein Portal setzen. Dann nehmen wir uns jetzt das Radio und... Hört mal auf die Musik. Jong, der... Ol, der ist das Radio. Entschuldigung. Ja, das ist ja noch nicht. Aber erstmal... Da sind... ... spüren... ... Ja, man kann es natürlich auch verkacken. So. So. Ihr hört ja noch diese schöne Musik aus dem Radio. Und dann hört ihr jetzt mal was passiert, wenn wir hier in diesen Raum kommen. Komm doch schon. Und jetzt hört mal. Schon irgendwie krank. Und das ist nur hier, wenn ich wieder rausgehe. Und das Geil ist, zudem, dass das Radio jetzt hier ist, gibt es ja auch wieder eine Zeichnung. Mit dem Cube. Und hier Musik. Jazz fails. The smooth jazz fails. Hm. Was das zu bedeuten hat. Erfahren wir hoffentlich. Und der Mond. Was hat der Mond damit zu tun? Und was bedeutet dieses Rauschen? Man hat festgestellt, dass dieses Rauschen, wenn man es kodiert, ein Bild ergibt. Und das Bild seht ihr jetzt mal kurz. Jetzt. Wir sehen ein Cube auf dem Mond. Was hat das zu bedeuten? Man weiß es nicht. Aber wir gehen weiter. Das war schon mal der erste, der nächste Bug. Aber um das Level fortzusetzen, müssen wir natürlich auf die andere Seite rüber kommen. Da müssen wir erstmal rüber. Und dann müssen wir auf Portal dahin. Und weiter geht's. Also ich finde den Gag recht lustig. Auch wenn ich jetzt zwei Anläufe gebraucht habe. Aber egal. Weiter geht's. Und durch die Madde. Boing. So. Weiter geht's. Jetzt müssen wir das aber jetzt ehrlich echt machen. Jetzt kommt nämlich der richtige Cube. Und. Eingelocht. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert. Und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Okay. Egal. Whatever. Ich bin Müll. Hey, ich bin Müll. Spaß. Nein. Ähm. Ja, hier. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Boah. Scheiße, hab ich mich jetzt erschrocken. Entschuldige. Ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Herzinfarkt. Nein, nicht wirklich. Ich hab nur so getan. Äh. Äh. Jados, du bist so witzig. Oh, was haben wir denn da? Ein Companion Cube. Meiner. Ich will ihn nehmen. Habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Ja. Nimm dir noch einen anderen. Companion Cube. Ja. Oh nein. Was soll's? Wir haben genug von den... Companion Cube. Du bist mein Freund. Gut, dass ich sie los bin. Was für wertlos. Das ist mein Freund. Whitley. Ich hab Whitley gesehen. Du bist mein Freund. Fahrstuhl. Oh. Weiter geht's. Lustig. Nein, okay. Jetzt müssen wir... Erstmal... Unsere Cube hierhin holen. Cube. Und wir müssen... Dahin. So. Dann würde ich sagen... Wir springen. Geronimo! Blap! Aktiviert! Und Geronimo! Wey! Hm. Will den Cube mitnehmen. Geht aber nicht. Weil... Hört mal hin, was ihr nämlich jetzt sagt. Das ist nämlich cool. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Du hast gerade dreimal das Wort Test in einem Satz erwähnt. Ist das ein Rekord? Aber ja. Ich würde ihn gerne mitnehmen, aber dann geht das Tor leider wieder zu und das geht halt nicht. Ja. Schon irgendwie komisch, dass ausgerechnet in dieser Testkammer, wo man mit dem Cube arbeitet, der Grill kaputt ist. Aber in allen anderen funktioniert. Hm. Da ist was faul. Aber warum? Was kann das sein? Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Ja. Ich weiß auch warum. Damit man den Cubus nicht befreien kann. Wenn ihr euch jetzt fragt. Oh nein. Schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Ähm. 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 Okay. Ich hab nichts verstanden, aber egal. Dein... Wie das da jetzt gerade im Text stand. Kauderwelsch. Hab ich leider nicht verstanden, GLaDOS. Bitte nochmal wiederholen. Okay. Also, wie dem auch sei. Ähm. In diesem einzigen Testbereich ist der Grill kaputt. Aber. Da kommt man mit dem Cube in Kontakt. Warum ist das so? Tja. Das sagt eine kleine, ähm, Geschichte. Und zwar sagt man. Das erfährt man nämlich aus dem ersten Teil. Nämlich. Der Companion Cube. Sagt man so. Holt zum Schluss. Das ist eine Theorie. Also nicht bewiesen. Aber. Das ist so eine Theorie. Ähm. Und zwar. Der Companion Cube. Wenn man zu Ende ist. In Portal 1. Muss man ihn ja in die Lava werfen. Also in diesen. In die. In den Müllschlund. Und. Ähm. Da hört man. Kann man. Wenn man genau hinhört. Kann man da Schreie hören. Das. Bringt zur Theorie. Dass in diesem Companion Cube. Die. Ehemaligen Testobjekte. Engesperrt sind. Lebendig. Und. Und man soll sie mit dem Grill. Der Grill kann ja nur Gegenstände. Ähm. Löschen. Der. Äh. 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 Kann keine Menschen zerstören. Äh. Ruinieren. Und. Ähm. Ja. Und dann sollte man die Menschen aus dem Grill entfernen lassen. Entfernen können. Äh. Aus dem Cube. Aber. Ausgerechnet da. Wo der Cube. Äh. Wo man den Cube hat. Ist der Grill. Kaputt. Egal. Wir machen jetzt erstmal. Ähm. Könnt euch mal selbst eine Meinung machen. Und. Wir machen erstmal die Anlage kaputt. Hey. Hey. Ich bin's. Mir geht's gut. Whitley. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut. Versuch's jetzt. Glaubst du es nicht? Ich lag da einfach so rum. Dachte schon, dass wir mal... Hm. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus. So gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er noch... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut. Dann senke ich eben die Decke. Whitley! So. Nun sind wir weitergekommen. Was nun? Nun müssen wir springen. Und zwar so. Ja. Das war das. Falsche. Okay. Wir springen. Wir springen. Wir springen. Yay. Und wieder rein. Oh. Und hoppala. Und wir haben... Den Cubed. Yay! Ähm. Augen. Äh. Äh! Ja. Nein, nein, nein. So. Ähm. In die Mitte. So. Dann machen wir das nämlich jetzt so. Au. Nun muss man uns nämlich da durch jetzt. Durchziehen. Okay, jetzt müssen wir nämlich wieder springen, um da hoch zu kommen. Und joppaloo, wir sind oben. Ein fetter Adler. Ach, danke, ist dir das etwa aufgefallen? Ah, geht doch. Und, die Tür ist offen. Ich bin ein fetter Adler. Da kommt der Lift. Einmal Erdgeschoss, bitte. Danke, ich wollte aber nach oben und nicht nach unten. Das ist irgendwie, ja, wir wollen ausbrechen und sinken irgendwie immer tiefer ab. Schon irgendwie merkwürdig, ne? Das ist merkwürdig. Ja, und irgendwie habe ich noch tun. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle mir von dem Reh. Nein, das wirst du nicht tun. Ich knuff dich. Ich knuff dich. Gib mir den Cube. Du. Meiner. So. Cube. Du machst eine Zeitreise. So. Genau. Jetzt müssen wir nach oben. Schicken den Würfel vor. Da müssen wir nämlich hin. Oder auch nicht. Dummer Würfel. Wo kommst du mit mir? Ich spring nicht sicher nach oben. Morgen komm ich nach oben. Yay. Autsch. Boing. Boing. Yay. Und wir können höher springen. Das war knapp. Und hoch geht's. Boom. Down. Ja. Und jetzt müssen wir die hier auch deaktivieren. Das machen wir indem wir uns noch einen holen. Hui. Äh. Ah. Cube. So. Und nun. Haben wir was falsch gemacht. Ach Gott. Wir sind wieder an der Grenze und haben die Testkammer nicht vollendet. So. Würfel. Dich müssen wir mitnehmen. Ja. Ich glaube wir haben es geschafft. Dich, Kamerat, müssen wir mitnehmen Yes We made it Boing Test bestanden Ich habe heute kein Reh gesehen Aber Menschen Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte Als ich brauche Oh, sie hat Menschen gesehen Oh Die Frage ist Ob es überhaupt noch Zivilisationen gibt Oder ob die Welt wirklich untergegangen ist In dem Spiel Weil, ich meine Wenn man aus dem Spiel rauskommt Dann Sieht man Landschaft Und Wolken Das heißt, es müsste noch Zivilisationen geben Wer weiß Spekula 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 Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht Von der Oberfläche Wenn du deine Wange daran reibst Fühlt es sich an Als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen Es würde auch dein Haar in Brand setzen Also lass es lieber Moment Ah Spaß Wir können hier springen Hui Hui Kamera kaputt machen So Das wird nämlich jetzt sehr tricky Zum Ersten können wir hier rein Da ist Wheatley Und was sehen wir hier? Only not Which Seeing my eyes Hier ist wieder der Mond Was hat der Mond damit zu tun? This thing like seeing Only not with my eyes Das Ding sieht nicht alleine mit meinen Augen Ja Jetzt Auch mit ne Bridge Boing Ähm Moment Ich muss da kurz was nachgucken Genau Hoppa Das ist jetzt aktiviert Ja und jetzt müssen wir runter 1914 Vielleicht müssen wir runter backern Boas Das ist wichtig Ja Boas Boas Boa Boas Boa Boas I catched the cube, bitch Jetzt können wir endlich die Türe nicht Denn wir müssen da hinten Ganz verpeilt So, hoppa, dann, da blau, nein, da blau Ja, müsste richtig sein, müsste richtig sein, ist es auch PUSH THE BUTTON Hoppa Und rück geht's und die... Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch Die richtige Antwort heißt Niemand Niemand außer dir ist so sinnlos grausam Hey, du willst doch uns grillen! Die will doch uns grillen! Egal! Egal! Das war's mit Part Number 3 Egal! 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 Bleibt dran! Sollte es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben Sollte es euch nicht gefallen, dann senkt ihn um 180 Grad nach unten Wollt ihr das Let's Play weiterverfolgen, dann kann ich euch nur empfehlen den Kanal zu abonnieren um nichts mehr zu verpassen und wir sehen uns! Haut rein und ciao!